Hallo zusammen, da Guys, was geht mit mir? Ich habe einen Job gehabt und jetzt bin ich da, singe einen Song, verrückte Schuhe, muss natürlich auch verrückte Brühe anlegen, Jennys Job, wenn ihr mir keine Angst habt, singe nur. Ich wünsche euch ganz viel Spass mit meiner Musik und mit meinen Bildern. Mich würde sehr freuen, wenn ihr bis zum Schluss schaut, wenn ihr Zeit habt und euch auch Zeit habt. Mein Name ist Erika Arnold, ich bin Vollblutmusikerin, ich liebe es auf der Bühne zu stehen und auf diesem Weg konnte ich seit Jahren vollumfänglich nur von der Musik leben. Am 17. März habe ich angefangen eigene Musikvideos zu produzieren. Ganz einfach mit dem Handy gemacht und bin so ein kleines kaltes Wasser hinein gerührt worden. Meine Filme habe ich dann auf Facebook, YouTube und meine Homepage hochgeladen und habe auf diesem Weg für Spenden aufgerufen. Sehr viele sind meinem Aufruf gefolgt und haben auch ein wenig gespendet, worüber ich sehr dankbar bin. Auf meiner Reifeisenbank habe ich den Bankleiter getroffen und er sagte, dass er meine Situation sieht und ich ihm rüdig leidue. Er hat mich beraten und vorgeschlagen, ich soll doch bei Crowdfunding der Reifeisenbank einen Film von mir auf Lokalhelden herunterladen und mich dort zeigen, dass das auch für mich eine tolle Chance sein könnte. Dass es mit mir irgendwann schon so weit kommt, hätte ich nie gedacht, aber jetzt bin ich da mit meinem Film und hoffe auf Lichtblicke. Seit vielen Jahren bin ich auf mengerer Bühne gestanden, rund um die ganze Welt. Ich habe an vielen Anlässen gespülte Festzelten, Open Airs, Dörftreffen, Hochzeiten, Geburtstage, Geschäfts- und Weihnachtsessen, Dorffeste, Fasnacht und und und. Und seit Jahren auch an jedem Silveste. Ich durfte viele schöne Stunden erleben, habe den Menschen viel Freude gemacht und auch viel Freude zurückgekommen. Musik Wake up in the morning when you head to dance as where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight, where you're gonna sleep tonight Where you're gonna sleep tonight You're singing this song, so you can no light. I wake up in the morning, make them happy outside. Where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight And now we're gonna walk, where you're gonna walk, in the Люda Stewart She'll think we're gonna fall in the morning in the morning. Rockets, gynte-acht. Erika! 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 Hey, das sind noch Zeiten gesehen auf der Bühne. So soll es einfach wieder werden für alle. Ich schaue trotzdem positiv in die Zukunft. Ich freue mich, wenn es dann hoffentlich irgendwann wieder weitergeht mit mir und mit meinen Live-Auftritten. Auch wenn wieder alles offen ist, es wird bestimmt nicht von 0 auf 100 wieder hochgehen für mich. Ich habe für diesen Job gelebt. Wie sieht meine Zukunft aus? Ich denke, ich werde noch ganz lange daran beissen und mich wieder hochkämpfen. Hoi! Danke für sein... Here we go in New Orleans. Herzlichs aus dem Villain Villain Villain. The only big gambler needs is a suitcase in the trunk. Darum sehen Sie, wie es die Schweiz fast manchmal schwer hat. Wer gewinnt diesen Kampf? It´s when, it´s when he´s a drunk. Man könnte gerade denken, dass meine Chili Cay Hundefutter rüberkommt. Auswärts ist es halt einfach immer interessanter. Woh mother, tell your children not to do, not to do, not to do, not to do what I have done. Where you spend your life, in misery, in the heart. Alle Filme könnt ihr auf meiner Homepage nachschauen und natürlich auch meine CDs vorhören und bestellen. I´m the other, 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 I´m the other. Ich hoffe, ich habe hier mit meinem Film ein bisschen Freude machen können und euch ein bisschen Sonne in eure Herzen rein zu salbern. Bleibt mir treu, habt Sorge und bleibt gesund. Danke, dass ihr meinen Film schaut. Ihr könnt mir ruhig helfen, indem ihr den Film hier teilt und von mir weiterverzeugt. Schöpfer sagen und klang. Ich habe die Geschwister, die heiße Holt, die heißen Holt und dass eine bestimmte Gitarre gerät. Und ich bin der Ingen�inze von Wölzen. Sie Testing und die Beheilung bei meiner Holt und der Ingenieheil von Frau, und ich bin ein Video. Amoam Bye bye, liebe Grüße aus der Villa Wilk Eure Dirk Haarnad